ja hallo meine lieben wir haben etwas zugeschickt bekommen von windeln.de und zwar von der firma smoby dieses tolle disney pixar cars diese werkbank und mein mann war auch schon gerade ganz ganz aufgeregt als wir es ausgepackt haben sagte direkt oh wow da wird es verkleinern nur aber sehr freuen denn das auto wie heißt das noch gleich lightning mcqueen lightning mcqueen ist hier auch mit drin und das kann man sogar selber aufbauen ihr seht es hier noch mal aufgebaut in drei schritten baut man das praktische selber auf das gesamte set hat eine höhe von 1,3 cm und es hat 76 accessoires im besten fall sieht das gleich alles so aus und hier sehen wir noch mal eine kleine ja ein kleines modellbild mit einem kind was circa drei jahre alt ist und ja da sieht man noch mal die größe das verhältnis zu der werkbank ja der kleine noah der schläft jetzt und wir werden das jetzt mal ganz schnell aufbauen und dann freue ich mich gleich wenn der noah das gleich sieht er ist jetzt ja gerade zwei jahre alt geworden und das kriegt ihr auch noch mal von uns praktisch zum geburtstag vielen dank an dieser stelle auch windeln.de so jetzt bauen wir auf ihr lieben das ist die bedienungsanleitung ich denke das ist aber nicht so schwer sieht jetzt nur so kompliziert aus weil man so viele einzelteile hat aber das ist im grunde das ganze werkzeug das hält man aber nachher einfach in das einzelne modul mit ein oder in die körbchen womit das kind spielt wir bauen jetzt im grunde einfach nur den tisch auf bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich finde das richtig cool und ich weiß genau, dass unser Noah sich gleich richtig mega freuen wird. Vielen Dank Bindeln.de für dieses tolle Disney-Pixer-Cast-Set. Vielen, vielen Dank. Bis bald.